Die Telefone laufen heiß, das ganze Team ist gestresst und überhaupt bedeutet der zusätzliche Verwaltungsaufwand durch die Corona-Impfungen eine enorme Belastung für die gesamte Praxis. Genau da kann Ihnen die neue Plattform vom Mediverbund helfen. impfterminmanagement.de macht nämlich genau das, was der Name sagt. Es organisiert Impftermine, Patienten anfragen und sorgt dafür, dass Sie Ihre Ressourcen besser einsetzen können. Dabei ist impfterminmanagement.de ausgesprochen übersichtlich und einfach. Ich zeige Ihnen mal schnell, wie leicht das Ganze geht und was die Plattform alles kann. Wenn Sie das erste Mal bei impfterminmanagement.de sind, dann registrieren Sie zunächst Ihre Praxis. Das funktioniert über den roten Button. Dort geht's auf die Informationsseite mit der Registrierungsmöglichkeit. Hier tragen Sie einmalig alle relevanten Daten Ihrer Praxis ein. Danach kommen Sie quasi in das Innere des Systems und dort stehen Ihnen die verschiedenen Bereiche rund ums Impfterminmanagement zur Verfügung. Aber das Wichtigste ist, Sie erhalten diesen Link und diesen QR-Code. Darüber können sich Ihre Patienten selbstständig zur Impfung vormerken. Beides, Link und Code, können Sie auf all Ihren digitalen Plattformen veröffentlichen, zum Beispiel auf der Praxis-Homepage. Den QR-Code können Sie darüber hinaus ausdrucken und überall dort aufhängen, wo Ihre Patienten den sehen. Und weil sich Ihre Patienten jetzt selbst einchecken können, kann sich Ihr Praxisteam auf andere Aufgaben konzentrieren, zum Beispiel auf die Besetzung der eigentlichen Impftermine. Das wird wesentlich leichter durch impfterminmanagement.de. Denn auf der Unterseite Impftermine können Sie alles koordinieren. Vor allem natürlich die Menge der Dosen und, weil sich Ihre Patienten ja digital registriert haben, können Sie ganz leicht die passenden Impflinge finden und einpflegen. Auch die Einladungen verschicken Sie nur mit einem Klick aus dem System und es bietet Ihnen auch gleich die passende Planung für den Zweittermin an. Und dann gibt es noch etwas ganz Besonderes bei impfterminmanagement.de. Falls Sie mal über Impfdosen verfügen, für die Sie keine geeigneten eigenen Patienten haben, dann können Sie über die Unterseite Patientenpool ganz einfach Menschen finden, die sich impfen lassen möchten. Und zwar genau mit dem Impfstoff, den Sie übrig haben. Also nochmal zusammengefasst. Mit impfterminmanagement.de können Sie die gesamte Verwaltung der Corona-Impfungen in Ihrer Praxis vereinfachen. Wichtig ist, dass Sie den Link und den QR-Code bei Ihren Patienten bekannt machen, damit die sich online registrieren können. Den Rest erledigen Sie mit wenigen Klicks und wenig Zeitaufwand. Also machen Sie mit. Es ist einfach.